So Komm schon jetzt los Okay Kein Kommentar dazu, das ist interessant Ich bin mal gespannt, was uns hier noch so erwartet Außer Dinosaurier Achso, ich muss mich übrigens noch Verbessern Von der letzten Folge, denn Ich hatte ja angedeutet Dass dieser Obrovich Obuchef Ja, dass der sich diese Hollow Earth Theorie ausgedacht hat Aber das war nicht der Fall Das war schon lange vor ihm Eine Theorie Teilweise habe ich auch irgendwas davon gelesen Dass das auch schon in der griechischen Mythologie irgendwo eine Idee war Und dieser Wladimir Obrovich Obrovich Jesus Der wurde am 28. September Geboren 1863 Was tue ich hier? Ich zerstöre wertvolle Architektur Perfekt Puzzle Solved Oder so Und er starb am 19. Juni 1956 Im Alter von 92 Jahren Und von Beruf war er Geologe Und hatte wohl auch ein bisschen Ahnung von Paläohilfe Paläontologie Also ne Dinosaurier Und so Und bekannt wurde er eben dadurch Das war nicht so Ich glaube, ich glaube, ich kann es nicht glauben Ich glaube, ich kann es nicht glauben Sehr gut. So, wo ist diese Kamera dann? Ah, General. Yes. What of course I meant to say was my training was excellent and I immediately reached for my camera only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Das war so eine Kamera, dieses komische Wort. Okay. Wollte ich noch irgendwas sagen? Das Buch kam 1915 raus und es war wohl sehr beliebt. Und manche Leute haben oder Wissenschaftler haben das dafür gelobt, dass er eben seine Geologie-Kenntnisse da gut mit eingebracht hat. Als auch seine Paläontologie. Ich lese die Wörter von meinem zweiten Bildschirm ab wie so ein Fünftklässler. Ja. 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 Na rein. Ja. Na rein. Oh Gott, das ist doch so schön. Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of agartha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Ophius! I can't wait for this next episode. Ich bin mir bis jetzt noch unsicher, ob das ein Witz ist oder ob das eine Art Episodic Game war auf iOS. Also ich sehe Play Next Episode unten rechts, aber ich habe keinen Cursor und nichts. Und ich habe Angst davor Knöpfe zu drücken. Genau, Sumo Digital heißt die Firma und die hat wohl eine Subfirma, die die Secret Mode hieß, die das geportet hat. Oder irgendwie so. So. Aha. Okay. Darf ich mir jetzt jedes Mal die Credits angucken? Oh nooo. Hätte ich meine Folge mal da beendet? Goddammit. Haha. Ja. Was für ein Geheimnis! In einem Moment bin ich in die Fetid-Tonsil von diesem Schrecklichen Monster. In dem nächsten bin ich in die Flügel flügel, nach dem Flügel flügel. Ich habe mir gedacht, dass ich etwas leichter landen würde. Vielleicht ist es dein Kopf. Aber nichts, nichts hätte mich vorbereitet für was zu passieren. Eine Saga von Frieden, Macht und Revolution. Ein Wettbewerb für Freiheit, die unsere Welt nie gesehen hat. Und es passiert so! Also nächstes Mal werde ich diese Sequenzen immer entsprechend rausschneiden. Oh no! Eingeborene mit einer akzeptablen Hautfarbe. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Wer sind die Wälder und schrecklichen Wälder, die auf mich verlassenen? Ich kann nur denken, dass sie die verloren von der Mianf! Eine früheren Räume der Leute! Aber warum waren sie so Angst vor den alten Garten, die nur hinter der Stadt liegen? Und warum sie mich vermerken haben? Warum? Ich habe mich gefragt, warum. Aber wie, General? Wer war ich, um solche Dinge zu fragen? Trappert, wie ich war, tief, unter dem Boden? Ich war mehr interessiert, muss ich sagen, über die Location eines kleinen Orpheus. Oh, es kann gut sein, dass diese Menkf auch nur aus dem Buch Plutronia waren. Okay. Du sprachst von einer großen Stadt, einer hoher Macht, aber deine Menkf schlugte wie schwere in den Hutsen an dieser Bindung. Sie haben. Und die Antwort zu diesem Geheimnis liegt außerhalb meiner Gäste, denn es war ein Wunder, es war wirklich. Und die Antwort zu dem, was sie war, und das war wirklich. Und die Antwort zu dem, was sie hier war. Und die Antwort zu dem, was sie hier war. Und die Antwort zu dem, was sie hier war. Eine Sonne nehme ich an? Wie hieß doch dieser russische oder eher slawische Sonnengott? Wo steht da? Sollen sie erst. Also Dinge vorher zu recherchieren ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich hab mir alle... Äh, äh, Spoiler? Hm. Was ist? Es war nicht mein Fehler. Das dachte ich mir. Oh. Ich kriege hier leichte, äh, Oddworld-Vibes oder wie auch immer dieses Spiel hieß. Beziehungsweise, äh, wie hieß das? Das ist eine andere Welt, glaube ich. Hallo? Nach ihm greifen kann ich nicht. Oh Gott, Hilfe. Okay. Äh, äh, the physics were absent. Jetzt traut er sich nicht zu bewegen hier, der Käfig komisch. Hm. Ich rieche Geheimnisse in der Richtung. Oh, oh, okay. Warum hab ich denn den Käfig letztes Mal so stark weggepusht? Ich rieche jetzt in der Richtung. Okay, das ist nichts damit. Mhm. Ich rieche Jem medical. Wow. Oh! Wir müssen auch ein wenig reparieren. Mienkv, trapped and kidnapped and dragged away only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. And yet, there was something familiar about the Shtukovna they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curiously resembled the radio sets I used to tinker with as a child. Radio sets? It was very curious. It was very curious. It was extremely curious. Was ich sagen wollte, zu dieser Art von Mechanik oder zu diesen Visuals könnte ich bestimmt einige Videogamereferenzen bringen. So was wie, dass mich das sehr an Inside zum Beispiel erinnert. Was ja auch so ein Sidescroller, Platformer ist. Wo auch Leute mit Helm kontrolliert werden. Ich brauche eine Sonne. Wo auch wirklich? Wo auch. Wo auch auch. Wo auch einfach. Wo auch! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich, was es mit diesem Licht auf sich hat und meiner gesenkten Position. Ich frage mich, was es mit diesem Licht auf sich hat. Ich frage mich, was es mit diesem Licht auf sich hat. Ich frage mich, was es mit diesem Licht auf sich hat. Ich frage mich, was es mit diesem Licht auf sich hat. Okay. 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 Oh, oh. 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 Huh. Was ist das? Ob ich das bewegen kann währenddessen? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich frage mich, was passiert, wenn ich entdeckt werde. Wahrscheinlich greifen die mich dann einfach. Aber rausfinden will ich es auch nicht. Ich frage mich, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Das wird wohl die Atombombe sein. Oh boy. Also, die blauen Menschen haben sich wohl mit den Besorgen zusammengetan. Okay. Ich dachte schon. Ich bin sehr interessiert, Ivana Ivanovich. Du sprachst und sprachst über diese großartige Stadt Subterranean. Aber was du beschreibst fühlt sich strangely familiar. Es hat in irgendein Weise eine Unkennige resemblance zu der gläuige Architektur von Alexei Dushkin. Wow. Du bist nicht wahr? Nein, General. Ich habe nie gehört von diesem großen Tauern. Dushkin oder seine Arbeit? Interessant. Weil du auf der Gäufe auf der Gäufe des Marvellischen Wiesotka na Krasnitschvarotach schlägt mit dem Glavni Konstruktor. Das war der Chef Designer? Der schweiziger, der schweiziger, mit der schlechtes Hörer? Beide deinen Mund, Ivana Ivanovich. Und ich glaube nicht, dass du mich mit einem der großen Visionärer unserer Zeit schlägern kannst. Ohne ihn würde niemanden von uns jetzt sitzen. Ich muss erinnern, dass ich ihm für diesen Namen bedanken, General. Oh! Da hämmert aber jemand. Irgendwo. Also Artstyle mäßig ist das Game nicht gerade hässlich. Schöne nicht. Und ich will nicht. 300 Meter. Ich will nicht. Ich will nicht. Und ich will nicht. Komm dich das Pourquoi. Bist du in. Du vas. Du bist du siejust. Wenn du siehst. Du bist du die Person. Du bist du nicht. Du bist du ein. Du bist du. Du bist du hast. Ach so, ich glaube. Landet das auf der Strecke? Nee. Was ist mit der? Aha, die Strecke bewegt sich irgendwie. Okay. Jetzt muss ich das hier zuerst machen und dann zurückgeladen. Boah, hab ich das schaffen? Oh, ich hämmere den Button. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Nope. Hm. Ich bin mit der Reihenfolge jetzt unsicher. Das könnte vielleicht klappen. Ja. So, was habe ich damit achieved? Äh. Oh so. Fährt das Ding jetzt nach vorne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss nochmal fragen, General. Sie mich schützt? Das wäre unprofessionell, comrade. Ich versuche schwer zu überzeugen. Das ist, nach allem, eine kassierische Geschichte von Unleashed Tyranien. Das ist eine kassierische Geschichte von Unleashed Idiocyst. Aber bitte, weiter. Aber die Flute ist eine kassierende Kronometre. Das ist eine kassierende Kronometre. I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city where a palace, a vast acropolis stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorok. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorok? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the West. An edifice of sheer power humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately that story didn't end so well. No, that's what Auntie Masha told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. Also, die werfen hier mit immer mehr Begriffen, äh, um sich, äh, mich dazu verleiten, äh, danach zu recherchieren. Was hab ich gemacht? Äh, okay. Darf ich nicht? Okay. A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture and it was then I saw him, him, the thief, the enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. Also hält's jetzt die Bombe in the middle of this. Hm. Hofstra. Uhm. Hofstra. Hafstra. Was soll ich mit dieser Plattform? Achso, hier rüber dann. Was soll ich mit dieser Plattform? Was soll ich mit dieser Plattform? Ich bin schon gewundert, was das war. Was soll ich mit dieser Plattform? 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 Was soll ich mit dieser Plattform?